Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Rockleash. Dann machen wir mal weiter. Besuchen. Heute mit Special Guest Horst Stemmer. War echt kompliziert ihn noch hier hinzubekommen, aber schön, dass du da bist. Ich freu mich ja auch. Ich meine, heute Abend servieren wir unsere Gegner kalt. Was? Jetzt! Was? Nicht! Okay. Achtung, Trauer! Ich seh nix, warte! Achtung, 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 Achtung! Ich geh zurück, ich geh zurück, ich geh zurück. Natürlich auch noch mit mir, ne? Ja, der ist auch noch dabei. Ich bin der Horst. Achtung, Achtung! Oh, oh, oh! Hatte keinen Bus. Vielleicht mache ich heute auch noch so ein richtig geiler Brandente dazu. Ich schliefe auch noch. Hier drauf! Ich bin dabei, komm! Ich bin so draußen, warte. Ist egal! Wir haben unseren Spaß! Oh, Achtung, Achtung, Achtung! Super! Bester Torwart ever! Ein Räumchen hat der uns dazu bereitet! Boah! Guckt euch das auch! Richtig kross gebraten! Okay, ich setz auf hin! Du bist so kaputt im Kopf! Warum? Ne, ich weiß nicht! Hat doch 30 Punkte! Ja, finde ich auch gut! Was? Was? Ich weiß ja nicht, was du hast! Nö, ich bin voll zufrieden mit deiner Leistung! Ja! Ja! Weißt du, ich mach die gute Laune, er gibt dir eine Vorlage! Ich hab noch mal die Störten, und dann hättest du reingemacht! Hier komm jetzt noch ein! Guck, 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 guck! Mach' mal! So was hier muss ich sagen! Ich hab's doch immer noch 50 Punkte, aber... Ja, 50 Punkte mehr kann man eigentlich in einer Minute auch nicht holen, hab' ich gehört! Da ist da so ein Lock drin, dann geht das nicht! Ey, guck, guck, ich bin der Schlechteste! Sogar der aus dem Gegnerteam hat 60! Finde schön, wie viel Stolz du das auch noch erzählst! Ach komm! Dich hab' ich nicht gesehen, Ratte! Weißt du, hab' ich mir so viel Mühe gegeben, dir dieses Tor vorzulegen, was ich nicht angerechnet bekommen habe! Also nicht dieses, sondern das andere! Dieses nicht! Aber das war auch ganz geil! Ja? Hab' ich auch gut vorgelegt, ne? Ja, für nüch! Müsst' ich sehen! Kann man so im Jahresrück ruhig mal zeigen! Oh Gott! Ja, legst' ihn noch vor! Danke! Nee, ich leg' ihn vor! Ins Gegnerische Tor! Ha, Bio! Nein! Mini-Maus ist gestorben! Ich hab' immer noch keine Voranlage dafür bekommen! Witz wie verarscht! Nö! Ich hab' echt versucht, Punkte zu bekommen! Du hast' andere Qualitäten! Ja! Ja, ich hab' groß auf! Nein! Valko! Achtung! Nee, den kann ich nicht halten! Ach, muss ich ja! Den kann ich auch nicht halten! Was ist die Hölle! Ja, unhaltbar! Find' ihr aber auch! Ich kann noch nicht Punkte sammeln! Jetzt auch erst ander'nhalb Minuten vorbei! Okay, ich hab' echt nicht damit gerechnet, dass er den... Ja, ja, ist okay! Den zweiten hätt' ich auch nicht drauf geachtet! Ja, komm, weißt du was? Ich mach' jetzt mal endlich'n Tor! Boah! Ja! Ich brauch' mal ein bisschen mehr als 60 Punkte! Ja, die 100 werden gewartet, ne? Oh! Achtung! Ja, wir sind krieg' da! Ja! Krieg' da! Ja! Ja! Komm! 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 Du will! Na, guck' gut! Haha! Aha! Achtung! Ah! Vorsicht, runter! Nein! Ab ruhig! Der war wichtig! Ab ruhig! Ab ruhig! Ich dachte, ich wär' dran' vorbei gehopst! Ah nein! Ah, schade! Ja, ich krieg' ihn sich richtig weg! Der hätt' mal schön verwandeln können! Ja! Wann? Ich übernehme, ich übernehme! Ich spür' jetzt mal' ein bisschen seriöser hier! Schön! Oh fuck! Für dich? Ach! Komm! Ach Mist! Hat er geblockt. So fuck, fuck, wenn die nachsitze. Nein! 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 Das war so knapp. Hast du's angeguckt? Das war echt knapp. Da. Jetzt. Ist auf. Da, da, da. Ganz knapp. Jetzt bin ich gesprungen, aber das hat nicht gereicht. Ja, ich war auch ein Zentimeter. Okay, jetzt müssen wir wirklich ein Tor machen. Okay. Jetzt serius. Auch wenn ich über 100 Punkte habe. Das heißt nicht, dass das Spiel vorbei ist. Nicht! Nee, dieses Spiel ist noch nicht verloren. Das ist, das ist okay. Oh. Ich hab'n verkackt. Oh oh. Habe ich merkt. Aber er auch. Nein! Oh, sehr schön. Nächste. Na. Kannst du übernehmen? Ich hab' nichts mehr. Nee, ich bin auch nicht mehr da. Bist du? Ja, war kein Boost drin. Nein, 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 nein. Okay. Vorsicht. Bist du hin? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Nimmst du? Ja. Ja, diesmal eben. Okay. Nee, nee. Aber nicht mehr lange. Jetzt. Bist du. Oder reinmachen. Reinmachen. Ja, klar. Ich bin verwirrt. Au. Ich hab'n Schubs. Du musst ihn nehmen. Nee. 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 Okay, dann nicht. Diese Runde ist nicht meine. Komm. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber... Ich will ein bisschen machen. Jetzt. Gut. Sehr schön. Ja. Endlich mal, was dir mein Team gemacht. Bin stolz auf dich. Ja, war gut. So. Gehst du drauf? Ja. I'm a Pigeon. Hä? Okay. Alter, Alter, Alter. Du kannst doch nicht immer da rüberfahren. Hä? Was meinst du? Ach so, das ist jetzt Tor. Der wird den um, Alter. Er hätte umwandeln können in ein Tor. Ja, ich brauch noch Boost. Ich mach' auch Boost. Boah, Geld gut gemacht. Komm, wir machen jetzt noch ein Tor. Okay. Wir machen noch eine ganze Minute Zeit. Nein! Du, 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 du. Da. Nein! Du, dein Chance. Es ist torsfrei. Ja, ich trinke kann auch auf unser Tor. Warte. Nee, den krieg ich nicht. Ich auch nicht. Wie hab ich dringend gesehen? War auch nicht nötig, dass wir den bekommen. Oh, hat er noch behalten. Äh, geh halten. Nicht behalten. Komm. Nee, ich geh hier auf. Du meinst nicht einfach. Okay, ich nicht. Ich geh auf alles. Ah, fuck. Schau, ne? Was? Nein, nein, fuck. Ah, knapp. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Okay, okay. Wir machen die Taube fertig. Mitte. Nee, bin ich nicht. Er geht fast von selbst rein. Warum hast du nicht nachgesetzt? Ich wollte Wurst und ich hab nicht gedacht, dass die die nicht kriegen. Ah, fuck. Sorry. So zum Beispiel. Nein, du hast mich weggekickt. Ich kann nichts machen. Er ist ein Freund aber auch. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht auch. Doch. Doch. Ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Ja, bin ich pur geblieben. Guck mal, wir hast du mit vier Toren 1000 Punkte geschafft und ich mit einem 400. Das führt mir zu denken. Aber es sind 1000 Punkte. Immer noch schlecht ist da. Immer noch schlecht ist da. Ach, 400 Punkte sind voll okay. Okay, wir haben das Täubchen fertig gemacht. Ja. Die Taube ist im Ofen. Weißt du, was man auch lecker essen kann? Nee. Taube. Ja, das ist schön. Also habe ich mir sagen lassen. Ich habe echt noch nie Taube probiert, aber ich habe gehört. Loi. Könnte das rutschig sein? Du fährst. Es schneit. Ist das nicht die Map, wo es normalerweise regnet? Oh fuck. Oh fuck. Okay. Ja, das können wir kommen. Ja, ich übernehme. Oder nicht. Das ist komisch abgebreitet. Irgendwie zurück. Nee. Keine Chance. Jetzt aber. Jetzt habe ich Hunger. Auf Taube. Nein, einfach so generell Hunger. Muss noch nicht mehr als tierisch sein. Oh, so schön. Freut sich der Bauernhof. Jetzt übernehme. Ich bin sehr weit. Oh, ich habe ihn abgebrochen. Oh fuck. Ich habe ihn selber in der Luft abgeprallt. Nein. Ja, daneben. Okay. Ich habe keinen Boost. So, wenn du den jetzt auskontest und ein Tor machst, bin ich stolz auf dich. Nee, keine Chance. Deine Mama ist trotzdem stolz auf dich. Ich zwar nicht, aber deine Mama. Immerhin. Die liked auch immer deine Videos. Ich weiß. Du hast dich drum gebeten, ne? Ja. Die hat gesagt, ist okay. Muss keine Ausbildung machen. Wirst YouTuber. Machst dir eh gern mehr Geld mit, ne? Ja. Hallo. Ich bin jetzt schon Millionär mit zwei Abonnenten. Ja, ne? Also. Siehst du mal, was ich jetzt auf dem Konto habe? Das ist krass, ne? Ne, sehe ich nicht. Aber wie viel hast du denn? Eine Quadrillion? Also um den Dreh. Also die Werbedienst ist jetzt noch nicht mitgerechnet, ne? Ach so. Ja, und steuern auch schon mit drin, ne? Ja, ja. Müssen wir das versteuern? Ja. Ist ja quasi... Ist ja engstens Steuerzahlen. Wo ist unser Torwart? Ich dachte, ich hätte vorne den mitnehmen müssen. Wenn der halt die Rätschel absetzen müssen. Den Fehler mache ich auch oft. Ja. Ja. Okay. Machen wir das nochmal. Den reichen Fehler nochmal. Ja. Ich bin denselben Fehler nochmal. Du, 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 du. Zack. Ja. Was ist denn da? Was, noch einen neuen Star Wars Film? Ne. Ich habe auch den davor nicht gesehen. Ich bin nicht so ein Star Wars Fan. Okay. Wir haben beide gleichzeitig draufgegeben und danach einfach gar keine Mann. Nö, dann war keiner mehr zuständig. Oh, Ballkommt. Der macht das schon, der andere. Ballkommt richtig gefährlich. Nein, das ist cool. Das hat man gesehen. Oh, daneben. Schade. Ich habe noch einen Boost. Ne. Ach, wir stehen ja jetzt nur hinten. Nö, 0-1 hinten. Ja. Dann müssen wir aber mal ein Tor machen, ne? Ja, ne? Ja gut, okay. Weißt du was? Der hat uns wieder gekontert. Alter, wie fliegt der denn? Okay. Ah, fuck. Äh. Oh, 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 oh. Ja, man kann ja auch mal verlieren. Man kann... Ja, kann man machen. Man kann mal verlieren. Ja, eins gewonnen, eins verloren. Eins gewonnen. Also zwei Siege miteinander gönnen, wo ich einfach nicht. Es muss ja Höhen und Tiefen geben, sonst ist es hier langweilig. Ja, wir wollen ja keine unrealistische Späte geben. Vom Leben. Das war ein Torschuss. Das auch. Gut. Ja, ich hab jetzt mehr Punkte als du. Mhm. Mhm. Mach du auch mal was. Ja, kann ich machen. Okay. Vielleicht hab ich euch auch eben verarschen. Wir gewinnen das noch. In der Nachspielzeit. Ach dann. Erst für dich. Oh! Ich hab dich mal ein bisschen angeschoben. Ja, dann übernimm. Ja. Ja, mach ich auch mal was, ne? Volllage. Ja. Machs Volllage, ich mach auch mal was. Jetzt bist wir über mir. Jetzt sagst du ja, okay. Wir müssen jetzt gewinnen oder das noch. Jetzt machen wir das auch, ne? Man muss ja auch mal gewinnen können. Ja, man kann auch mal gewinnen. Finde ich auch. Oh, fuck. Oh, ich hab den Bus vergessen. Oh. Oh, 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 oh. Man kann ja auch mal verteidigen, ne? Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Aber man kann's mal machen. Und man kann ja auch mal verlieren. Man kann auch mal verlieren. Nein! Was war das denn? Man kann auch mal die Qual liegen lassen. Ich glaub, ich hab grad meinen Stick in die verkehrte Richtung gedrückt. Man kann sich auch mal nicht auskribbeln lassen. Kann man auch mal machen. Ja, ich hab doch gesagt, wir machen das in der Verlängerung. Holen wir das. Nein! Wir machen das auch in der Verlängerung, ne? Ja. Das war ja klar, dass er den hält. Das ist ja alles geskriptet hier. Ja, ja. Das ist eh. Das hat der Zuschauer aber nicht wissen. Also der aufmerksame Zuschauer sieht das zwar. Aber er guckt das ja trotzdem mal, wenn wir es gut geskriptet haben. Ja, ja. Ist auch alles zusammengeschnitten eigentlich. Nur wir sind so gut, sondern in der Materie Videoschnitt. Ja, ja. Das sieht aus allen Menschen aus. Wir haben so viele Spiele gemacht, dass wir einfach, oh fuck. Wir können das Auto quasi überall sein. Dass das unsere Scheiße, die wir labern, einfach immer Sinn ergibt. Richtig. Das ist schon verrückt, ne? Dafür erstmal ein Like geben, bitte. Und ein Abo. Und ein Abo. Oh fuck. Das war ja geplant. Oh fuck. Das wäre der Kunter. Ja. Hat er gesehen. Hat er gesehen. Aber ich mache so meine Verlängerung. Das ist ja explodiert. Okay, das machst du dir in die Verlängerung rein. So instant. Nee, nee. Das wäre ja langweilig. Aber jetzt hältst du den erstmal. Okay. Genau. Jetzt gehst du den richtig auf den Sack. Jetzt lässt du den Ball aber erstmal liegen, ne? Jetzt holst du den nochmal. Ja, für dich. Und ich mache ihn rein. Ja, Leute. Man kann auch mal verlieren. Man kann auch mal verlieren. Man kann auch mal gewinnen. Und ja. Und so sieht ein gutes Skript halt aus, ne? Halt erst hier, erst so das Team liegt zurück. Und dann kämpft er sich mit Herzblut in die Verlängerung. Und dann der entscheidende Pass. Und du darfst nicht vergessen, dass du die Zuschauer verarschen musst. Ja, das eh. Gold 3. Bitch. Ist noch wieder so unverdient. Aber ja, ist schön. Ist schön. Das ist zum neuen Jahr richtig gut. Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, ich werde Gold 3. Liga 2. Auch wenn es das damit alles gab. Ich habe mir das vorgenommen. Was wünschst du dir für das neue Jahr? Ja, Gold 3 in Rocket League, das ist schon mein Traum. Ja, ich würde sagen, das war eine gute Partie. Vielen Dank. Ciao. Und wir sehen uns. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.